Vegetarische Reistortilla Zutaten für 4 Portionen 250 Gramm Langkornreis 500 Milliliter Gemüsebrühe 1 Zwiebel 2 Knoblauchzehen 2 Esslöffel Öl 1 Teelöffel Paprikapulver Salzpfeffer 4 Eier 100 Gramm geriebener Käse 4 große Weizentortillas 150 Gramm Frischkäse 4 Esslöffel Salsa Frischer Koriander zum Garnieren Zubereitung Erste Den Reis in der Gemüsebrühe nach Packungsanweisung kochen, bis er weich und die Flüssigkeit aufgesogen ist. Abkühlen lassen. Zweiter Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und fein hacken. In einer Pfanne das Öl erhitzen und die Zwiebel und den Knoblauch darin glasig dünsten. Mit Paprikapulver Salz und Pfeffer würzen. Dritten Die Eier in einer Schüssel verquirlen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Käse unterrühren. Vierte Die Tortillas in einer trockenen Pfanne kurz erwärmen, bis sie weich sind. Jeweils mit einem Viertel des Frischkäses bestreichen und mit einem Viertel des Reises belegen. Dabei einen Rand von ca. 2 cm freilassen. Fünfte Die Tortillas von der langen Seite her aufrollen und in eine gefettete Auflaufform legen. Die Eier-Käse-Mischung gleichmäßig darüber verteilen. Sechsten Die Auflaufform im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Celsius für ca. 20 Minuten backen, bis die Eier gestockt und der Käse geschmolzen sind. Die Tortillas mit Salsa beträufeln und mit frischem Koriander bestreuen. Heiß servieren oder abkühlen lassen und in Stücke schneiden. Die Tortillas mit Salsa beträufeln und mit frischem Koriander bestreuen. Die Tortillas mit Salsa beträufeln und mit frischem Koriander bestreuen.